Grüezi miteinander. Coop hat für Sie den beste Grund täglich einzukaufen, nämlich das gute, frische Brot. Damit alle Coop-Läden jeden Tag das Brot frisch aus dem Ofen bekommen, gibt es in der ganzen Schweiz 50 Coop-Bäckereien. In eine davon sind wir hier gerade rein. Der Coop-Bäckermeister ist wie seine 150 Kollegen ein ausbildeter Berufsmann, der das ganze Können dem Brot backen widmet. Das Resultat dieser fachmännischen Arbeit finden wir jeden Tag Ofen frisch im Coop. In unzähligen Varianten, vom Rockenbrot bis zum Flockenbrot. Sie sehen, Coop-Brot ist Brot vom Beck. Die neueste Spezialität der Coop-Bäckermeister ist gleichzeitig auch unser Wettbewerb. Also, passen Sie gut auf. Es ist das Flockenbrot mit einer herrlichen, goldbraunen Knusperrinde und diesen typisch feinen Weizenflocken. Das Flockenbrot ist dank der ausgewogenen Zusammensetzung besonders gut für die Verdauung. Aber jetzt zu unserer 10'000 Franken-Frage. Wie geheisst das neue Coop-Brot, das wir Ihnen heute vorgestellt haben? Schreiben Sie es auf eine Postkarte und schicken Sie diese an das Coop-Mittwochstudio, Postfach 4099 Basel. Einsendenschluss ist der 27. Februar. Auf Wiedersehen am nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Aber schauen Sie jetzt noch unsere Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop 400g Pahl, Fleisch für den Hund, für nur 1.35 Franken. 400g Viscas, Katzenahrung nach Wahl, für ebenfalls nur 1.35 Franken. 2 Liter Gewebeveredler, Tedidus, kostet bei Coop nur 3 Franken. Und beim Beldam-Shampoo können Sie unter 4 Sorten wählen. Das Flaschli an 200g für nur 1.50 Franken. Und für 2.20 Franken gibt es 2 Paar Landjäger an 100 Gramm. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag gibt es bei Coop 1 Kilogramm Vitaminreis Meteor für nur 1.75 Franken. Und eine Kilo-Dose Davamalt, stärkende Frühstücksgetränke vom Bander für 7.50 Franken. Und noch eine Überraschung für unsere Damen. Vier paar Strumpfhosen mit Spickel und verstärkten Spitzen, Sohlen und Fersen kosten bei Coop Sagen-Schreiben nur 5 Franken. Und die drei Rollen Haushalttücher nur 3 Franken. Alle die Aktionen sind ab morgen in allen Coopläden erhältlich. Auf Wiedersehen! Bei bald Bei bald Wie bald Wie بعد Wie bald bei bald stell